Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zur ersten Runde. Da die Tonqualität schon wieder bescheiden ist in der ersten Runde, läuft diese ohne Ton. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Die zweite und dritte ist dann wieder mit Ton. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns dann gleich in der zweiten Runde wieder. Und damit willkommen zurück zur zweiten Runde. Warum habe ich eigentlich letztens erwähnt, dass wir so selten Autohäden haben? Heute nicht, aber es ist wohl gedroppt. Achso. Es ist ein Kettensäger. Oh, heilige Mutter Gottes, da sind welche. Hast du uns nicht mitbekommen? Nein, ich wusste nicht, von wo der kommt. Philippa, Osa, bei mir seit gestern einfach immer noch Albträume. Valinda, hör auf zu lachen. Ich möchte da einfach nie wieder drüber nachdenken, drüber reden. Warum habe ich eigentlich dauerhaft? Das ist halt auch nie passiert. Gut, dass es davon kein Video gibt. Manchmal ist es halt auch gut, dass ich mein Screen. Er wird fahren, oder? Er wird fahren, oder? Ich denke, er macht ja komische Bewegungen, wenn ich den sehe. Ja, ich bin vor ihm weggerankt, dann hat er irgendwie dagegen geschlagen. Holz. Wieso? Unterhält ich das nicht. Oh, mein Scherz. Nee, nicht so gut. Was ist denn los? Ich will auch nicht öfters wegen sagen. Aber warum wird er jetzt schon in dem Sinne fahren? Ja, das weiß ich auch nicht. Warum versteckt sich Lorin? Weil Lorin nicht weiter fahren. Ich glaube, es gibt eine Killer-Challenge, wo du vier Leute downen musst, mit Nöd. Mach mal einen Totem weg. Ja, ich spiele gerade auch auf Totem-Suche lieber. Aber er hat mich, er hat mich, das Totem sehen, also er hat gesehen, wie ich das Totem mache. Und er hat mich nicht machen lassen, also... Ich bin noch nicht daran gut, in Totem zu kommen. Keine Ahnung. Vielleicht denkt das nicht auch, weil jetzt so viele andere Tunneln... ...und Campen, dass man, keine Ahnung, Punkte schenken will. Weiß ich jetzt nicht. Ich suche mal eine Glyphor. Wie viele Glyphor hast du in dem Schaden? Zwei. Oder er nimmt uns das gleich kaum mit aus. Schmerz-Taletten-Sans mit ihm. Mach das gar nicht mehr. Ich will meine Glyphor suchen. Ich hab's ja gefunden. Diese Langeweile-Titel-Stimmel. Radios. Ja, ne? Ich bin auch begeistert. Er hat Light-Phone dabei. Ja, das hat er auch. War von ihm. Ähm, wo gibt's noch... Oh, da. Da ist noch einer. Was ist überhaupt? Warum nicht? Es gibt Punkte. Er sagt ja. Der will nicht wahren. Ich bin weg. Der will die ganze Runde nehmen zu dir. Er darf nicht zu jeder. Sie wird das nicht weg. Vielleicht hat er keinen Bock auf Autohelden gehabt. Nee, das ist ein paar Verschiezen hier. Ja, vielleicht mag er die mehr, vielleicht. Oh, der hat mich niedergesammelt und will mich trotzdem raustragen. Nein, ich bin rausgefallen. Der Killer heißt Dead by Flashlight. Geil. Das war somit die zweite Runde. Wir sehen uns dann gleich in der dritten und letzten wieder. Und damit willkommen zurück zur dritten und letzten Runde. Ähm, hat man... Er hat äh, Lieferfressur. Es ist schon wieder Nemesis. Der weiß halt, dass ich hier bin. Es ist ja Mickey meistens, ja. Ja. Ähm, ja. Giftfallen und sowas. Halbtraum erregend. Du hast die Story in dem Falle nicht mitgefragt, oder? Nein, aber ich glaube, ich möchte auch nicht hören. Wird gerade auch ehrlich gesagt schlecht, weil ich sowas gar nicht gut abkann. Nee, dann wollte ich gerade sagen, sonst ist es Fick, dann solltest du es wahrscheinlich nicht. Fällt's doch nicht, worauf Ronny jetzt raufgetreten ist. Auf meiner Tastatur. Anscheinend gibt es irgendwo auf meiner Tastatur ein Hotkey dafür, der meinen kompletten Tod vom WC lautet. Killer-Check liegt. Hm? Ja. Ich glaube, er lässt von mir ab. Hey, Dani, tschüss, Dani. Ja, ich glaube um mein Leben. Der will ich doch gar nicht mehr. Egal, ich stehe da vorne mit der Quest holen, ich geb' mir die Impfung. Ich weiß gar nicht mehr, warte, ich hab' es vergessen, um aufzutremen. Ich hab' nur eine Runde Survivor gespielt. Und da hab' ich irgendwie seelenruhig'n Zen gemacht. Anna. Und dann waren auf einmal alle Spritzen benutzt, als der nach dem Chase, von wo ich gechased wurde. Danach waren alle Spritzen weg. Boah, das ist keine mehr. Ich glaube, keine Einzelne mehr. Warum bist du weg? Weil er ein Survivor ist? Äh, Survivor. Zombie? Ich bin ja auch echt verwirrt. Mec, ich glaub, du hast halt auch schon, dass du dich so debilitriert. Nee. Nee, das geht nicht. Nice. Bleh! Hier, eine, die ich hab'n. Ich kann'n. Gar nicht. Ich bin an nem Zen. Wo hängt sie denn? Warum seh' ich sie nicht? Wir haben einen Kuh. Ich geh' mal gucken, wo sie ist. Ich weiß doch, geht's. Achso. Ja, aber ich glaub, es ist nicht so gut, wenn wir den machen, Sunny. Und dann haben wir alle da hinten gemacht. Warum? Wir haben einen da hinten gemacht. Ah, okay. Da, wo wir gestartet haben. Wo das Problem ist. Ah, er hat mich verarscht. Er lässt mich in Ruhe. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Da braucht er auch mit. Oder ich weiß nicht, warum der Stand sein wird. Ja. Feier auf die Funktion. Ich würde gerne irgendwen heilen. Oh, da ist Nemesis. Wer will geheilt werden? Ich will geheilt werden. Mit der Zeit. Mit der Zeit, Leute. Ihr kriegt alles. Er kommt heute in meine Richtung. Ich renne zu Colin. Ich weiß, was ich dann mache, Colin. Ich heile dich. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Ich komme zu euch. Ich bin nicht verletzt. Ich heile dich. Ich will nicht heilen. Hör auf! Schiff zu drücken. Ich bin nicht verletzt. Du bist nicht O. Äh, ich habe nichts gesagt. Wieso dachte ich, dass du verletzt wärst? Wiss ich nicht. Hi, Louis! Bitte, Vicky, lass uns wieder nicht darüber reden. Danke. Und hallo, Schatzi. Und vielen Dank für den Sam. Schieben wir uns erst das Geld hin und her. Ah! Ah! Oh mein Gott! Ja, ich hatte jedenfalls nicht nur noch so das Problem. Hallo, ihr beiden. Komm, ruhig, 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 ruhig. Louis, wie läuft das Formel 1 hier? Ja. Schatzi, gibt's einen Grund, warum du in meinem Stream bist? Oder vermisst du einfach jetzt schon mein Gesicht seit heute Morgen? Oder möchtest du irgendwas? Irgendwer muss ja hier Geld verdienen. Ich mache in der Check-in-Gen. Random kommt dich abhängen, ne? Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt Random dich abhängen, nein. Daniel, du bist doch gar nicht weit weg. Wurde Random jetzt wieder angehittet? Ich war grad leicht abwesend. Okay, also er ist bei einer Heilung durchgegangen. Achso. Irgendwie war das nämlich grad mega merkwürdig. Ja, du bist doch nicht. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, ich habe einen Skill-Check verkackt. Aber er geht zurück zum Mickey. Ich habe einen Skill-Check verkackt. Ich nehme meinen Medikit und heim mich damit. okay es tut mir mega leid für die runde war voll nicht aufmerksam eben gerade ich bin ihm zwei mal rein gerannt hast du noch eine medikets holz? ja dann schnarchen wir das jetzt habe ich tatsächlich ich versuche wieder zur check zu kommen und da liegt sie an welchen gen machst du? ich will den in der check weitermachen soll ich einen anderen machen? wie du magst ich warte nur grad dass er hier weg geht wieso erinnert mich das an die ausgangsinsportion mit der dretzschi schon wieder? weiß ich nicht weil ihr beide noch am leben seid und ich tot vielleicht weil nur noch ein rennen an muss er kommt wieder zur check keine ahnung oder mit michael oh gott er geht weg aber bei der mic runde hatten wir auch eine 15 minuten runde mit ihm was? schatzi da warst du mit schatzi unterwegs da warst du mit schatzi unterwegs finde ich gut dass sie ihn auch schatzi nennt ja du redest immer weil es hat sich jetzt so eingebürgert ja aber es hat sich jetzt schon beleidigt wieder weggefahren er ist bei meinem gen ich habe explodieren lassen und er kam eh in die richtung er geht im keller gucken ob ich da bin na Colin wirst du jetzt die palette? ja auch wenn ich es nicht machen wollte ist er wieder bei dir? nein aber da war ein zombie aber es war definitiv besser fürs allgemeinwohl aber dann kann ich mich eher auf eine gen fokussieren er ist irgendwo bei mir noch 70 er ist weg irgendwie meine Knie das ist schlimm heute ich habe sowieso ein Problem mit meinen Knie und also ich habe immer Wasser an den Beinen und ich mache das halt irgendwie so unangenehm ich finde es gut wie das funktioniert noch ein paar Monika? ich kriege meinen gen durch Colin geh zum agate wenn du dann kannst da kommst du gleich nochmal es hat funktioniert Dani wir sind halt gut wie an einer Stelle des ganzen Jungle Gyms nicht geschaut haben und ich dort stand ich bin dem von dir weiter entfernten Ausgang ich glaube er hat mich gesehen ich habe mich sowas schon gesehen ich weiß nicht welchen Ausgang du bist andere Seite von Main Building ich bin auf dem Weg Flink hat mir ein bisschen meinen Arsch gerettet ich schaff das ich schaff das schon ich schaff das schon ich schaff das sie schafft doch schon ganz alleine das war dann somit die dritte und letzte Runde ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst mir ein gutes Abo da und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bye